Auf diesen Skoda Fabia im modischen Blau haben viele Kunden der Schweriner Marienplatzgalerie schon lange ein Auge geworfen. Am Samstag wurde die Gewinnerin des Fahrzeuges ausgelost. Vom 2. Januar an konnte an der Verlosung teilgenommen werden. Die Gewinnerin war nicht vor Ort, konnte aber vom Center-Manager Hennerschacht sofort telefonisch über ihr Glück informiert werden. Was mich natürlich besonders freut, der Wagen bleibt in Schwerin. Das heißt, er wird auf Werbung für die Marienplatzgalerie dann hier im Stadtgebiet sicher öfter zu sehen. Es war eine spannende Aktion mit über 20.000 teilnehmenden Käufern. Jetzt muss man wirklich nicht sagen Besuchern der Marienplatzgalerie, sondern den Teilnahmeschein gab es ja erst bei Kauf in einem der Geschäfte. Also insofern ganz spannend und wir werden garantiert eine derartige Aktion wiederholen. Ob es dann immer gerade ein Auto sein muss oder auch mal kleinere Preise, das bleibt dahingestellt. Einen Tag vorher waren die Kinder die Gewinner. Am Tag der Zeugnisausgabe in den Schweriner Schulen durften kleine und große Schulkinder zum Ferienbeginn bei der Marienplatzgalerie Zeugnisparty am Glücksrad drehen.